Und so kam ich also im Sommer 1967 in Berlin an. Die Immatrikulationsfeier für die neuen Zugänge sollten am 3. Juni 1967 sein. Am 2. Juni war der Schar in der Stadt und es gab also eine große Demonstration vor der Oper. Kerstin nicht unaktiv, gleich mit dabei. Aber dann wurde mir das da sehr mulmig, denn da war ein Bauzaun und dann so der Gehweg, der war maximal zwei Meter, würde ich sagen, war also abgesperrt dann mit so Polizeigittern und davor standen also alle, weiß ich, alle drei, vier Meter standen Polizisten, die auch nicht mit dem Rücken zu uns standen, sondern die guckten uns an. Und natürlich gab ein Wort das andere und es war also unendlich aggressiv, die Stimmung. Die Polizisten, nicht weniger aggressiv als die Studierenden, die da standen, provozierend waren. Und dann bin ich weggegangen, sodass ich also das, was danach passierte, erst übers Radio gehört habe. Also ich bin dann, als die Polizei im Durchgriff war, ich Gott sei Dank nicht mehr dabei. Die junge Studierende, die Bene ohne Sorge im Arm hatte, war eine ganz enge Freundin und ist bis heute eine ganz enge Freundin von mir. Und wir haben das also dann noch jahrelang debattiert und uns auch damit auseinandergesetzt. Und ich ging dann, pflichtbewusst, wenn Sie so wollen, am 3. Juni zum Campus und wollte also im Audimax immatrikuliert werden, feierlich immatrikuliert werden. Und da hieß es, findet nicht statt. Und da waren wir wirklich sehr ratlos. Auf der einen Seite dieser enorme Schock, denn da war dann schon bekannt, dass ein Student erschossen worden war. Und auf der anderen Seite, auf einmal galt das normale Leben nicht mehr. Ich meine, irgendwie musste ja das Leben eigentlich weitergehen. Und da bin ich dann zum AStA gegangen und da habe ich ihm gesagt, ich wäre gerade aus Freiburg gekommen, hätte da die Studentenzeitung gesagt, Gott sei Dank, machen Sie bei uns mit, wir müssen hier die Presseberichterstattung über das, was sich da gestern abgespielt hat, durchgehen. Dann habe ich gesagt, ja, ja, gut, mache ich mit. Und auch das wieder, in der Bild-Zeitung war noch nie ein Schuss gefallen bis dahin. Es war also völlig, laut Bild-Zeitung war völlig unklar, wieso Benno Ohnesorg überhaupt erschossen worden ist. Und das war also so ein Erlebnis, das zu sehen, wie tendenziell die Berichterstattung, oder natürlich die, die also akzeptierten, dass Kuras geschossen hatte, war natürlich alles Notwehr. Ja, aber von hinten erschießt man jemand aus Notwehr? Ja, auch nicht so ganz, denn das war nun inzwischen auch bekannt geworden, dass er von hinten den Schuss abbekommen hatte. Ich würde dieses Seminar machen und ich würde gerne ein Interview dazu haben. Denn für mich waren die Demonstrationen gegen den Schar von unserer Seite, der Studentenzeitung, eigentlich gewaltloser Widerstand. Für mich war die Eskalation ziemlich klar also von der anderen Seite gekommen. Für mich war die Eskalation sehr gut.